Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns ab diesem Video mit einem komplett neuen Blog beschäftigen, das ist dem objektorientierten Design oder auch OOD abgekürzt. Nachdem wir uns mit objektorientierter Programmierung jetzt sehr lange beschäftigt haben, angefangen bei Klassen und wie die einzelnen Mechanismen funktionieren, wie kann ich mit Modifizierern, Datenkapseln bzw. überhaupt die Sichtbarkeit von Members festlegen, Vererbungen usw. bis hin zu tatsächlich pragmatischen Themen wie wie greife ich auf Dateien, auf Datenbanken zu, wie kann ich Oberflächen bauen usw. Das lassen wir uns oder lassen jetzt hinter uns und beschäftigen uns wirklich mit einer abstrakteren Ebene, nämlich wie kann ich diese Informationen, die ich jetzt in den vorherigen Kapiteln gelernt habe, so einsetzen, dass ich möglichst einfach und gut zum Ziel komme. Also letztendlich gibt es für dieses objektorientierte Programmieren schon Muster und Vorlagen und Prinzipien, an die ich mich sozusagen halten kann, damit ich nicht einfach vor mich hin programmiere, wie es mir Spaß macht. Und bevor wir genau zu diesen Themen kommen, möchte ich erst nochmal in diesem Video darauf eingehen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen objektorientiert und nicht objektorientiert? Also sozusagen, was unterscheidet C++ oder C-Sharp von C? Und diese Grundpfeiler der Objektorientierung werden allgemein als Kapselung, Vererbung und Polymorphie bezeichnet. Wenn eine Programmiersprache also alle diese drei Fähigkeiten bietet oder diese Mechanismen bietet, dann kann ich sie zum objektorientierten Programmieren einsetzen und im Normalfall auch die Prinzipien von objektorientiertem Design anwenden. Gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein, was bedeutet Kapselung nochmal, das bedeutet im Wesentlichen, dass ich eben ein großes Problem habe, das können wir ja vielleicht schon mal hier ein bisschen andeuten. Ich habe ein großes Problem und das ist zum Beispiel, baue mir ein Client-Server-System, mit dem ich meine Personaldaten verwalten kann und Rechnungen schreiben und 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 so weiter. Also wir haben dann plötzlich hier verschiedene Ebenen, ich brauche irgendwie einen Client, dann brauche ich irgendwie einen Server, der mir die Daten hält und die Business-Logik vielleicht hauptsächlich verwaltet. Dann sind wahrscheinlich mehrere Clients an dieses System angebunden. Das eben heißt, dass ich vielleicht einen Server habe mit mehreren Clients, also Concurrency ist hier ein Begriff, den ich handeln muss. Dann habe ich natürlich unterschiedliche Aspekte, irgendwie muss ich dann wohl Mitarbeiter modulieren, vielleicht Rechnungen, vielleicht oder Gehälter und so weiter. Und wir sehen eben, damit dieses komplette Problem so gelöst wird, dass unser Nutzer fröhlich ist, das ist ein ganz schöner Klotz Arbeit und unsere Hirne sind wahrscheinlich nicht in der Lage, dass wir dieses Problem immer komplett überreisen. Was wir also machen, ist Teilprobleme bilden. Okay, ich schaue mir jetzt erstmal den Aspekt an und dann den Aspekt und dann den Aspekt und dann den Aspekt und dann den Aspekt. Und das nennt man im Allgemeinen, also es kommt aus rekursiven Algorithmen, aber das Prinzip, was dahinter steckt, heißt einfach bloß Divide and Conquer. Das heißt, im Prinzip zerteile ich ein großes Problem so lange in kleine Probleme, bis ich eben diese kleineren Probleme leicht lösen kann. Und das heißt nicht, dass ich das genau auf einer Ebene mache, sondern ich könnte auch dieses Problem wiederum in viele kleinere Sachen zerteilen. Einfach bis zu dem Punkt, in dem ich als Mensch kognitiv sagen kann, hier, das ist jetzt ein Problem, das kann ich so leicht lösen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. So, und der Punkt der Kapselung ist eben, dieses Teilproblem, das wird eine Klasse und dieses Teilproblem, dieses winzige wird auch eine Klasse und dieses Teilproblem wird auch eine Klasse und dieses und dieses und so weiter und so fort. Und wir sehen hier eben, da kommen letztendlich ganz viele Klassen raus, die eben Teilprobleme lösen. Und diese Teilprobleme sind es dann eben, die von einer Klasse komplett erfasst werden. Wenn wir uns jetzt mal hier so ein ganz billiges Beispiel für Kapselung anschauen, dann hatten wir hier zum Beispiel einen Lottozahlen-Generator. Oder auch nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, wir hätten einen gehabt. Irgendwie Lottozahlen? Hier ist er, ich habe mich bloß verschrieben. Diese Klasse löst ein Teilproblem. Nämlich das, dass ich eine Liste haben will, wo Zufallszahlen zwischen 1 und 49 drinstehen. Jede Zufallszahl unique. Das heißt, ich kann nicht mehrmals die gleiche Zufallszahl in dieser Liste haben, die ich hier zurückbekomme. Das löst diese Klasse. Aber das ist nicht das, ähm, oder sagen wir mal so, die Klasse sorgt eben jetzt dafür, dass alle Daten und alle anderen Objekte, die sie dazu braucht, die sind eben weggekapselt. Das heißt, ich habe Datenhoheit. Ich kriege hier eben eine Instanz eines Zufallsgenerators rein, denn ich selber als Lottozahlen-Generator weiß überhaupt nicht, wie man Zufallszahlen erzeugt. Das macht dieses andere Objekt für mich. Und das kapsel ich private read-only. Okay, ja, da kann kein anderer ran, wenn mir das eine Mal hier übergeben wurde. Es gibt keine Möglichkeit, dass sozusagen hier diese Referenz auf das Objekt weggenommen wird von außen. Das bezeichnet man als Datenhoheit. Aber wir haben hier eben auch beispielsweise bei der Klasse Kontakt gesehen. Okay, hier ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Beispiel, ähm, ähm, wir sehen, wir hatten, glaube ich mal, eine Karte. Ne, ich glaube, ich habe es hier auch nicht. Genau. Hier sehen wir auch ein Beispiel von Kapselung. Man kann hier Vorname und Nachname setzen. Und danach, wenn dieses Objekt erstellt ist, kann man es nur noch auslesen. Aber man hat nicht von außen die Möglichkeit, dass man einfach den Wert setzt, wie man möchte. Genauso hier das Alter. Man kann es zwar von außen setzen, aber ich muss bestimmte Bedingungen dazu erfüllen, dass das funktioniert. Und diese Bedingungen werden eben konsistent in dieser Klasse festgehalten. Und das ist das, was man eben als Kapselung bezeichnet. Die Bündelung von Daten und Methoden, die ein Teilproblem lösen. Ja, wenn wir uns C zum Vergleich anschauen. Wenn wir, also vor allen Dingen Strukturen in C, die haben vor allen Dingen keine Zugriffsmodifizierer. Also kriege ich dort schon mal keine Datenhoheit hin. Eine Struktur in C kann auch keine Methoden enthalten. Also mehr oder weniger. Man kann Funktionspointer letztendlich machen. Aber im Prinzip bietet eine Struktur in C jetzt erstmal nicht das an, was uns eine Klasse in C Sharp hier bietet. Im Hinblick auf Kapselung. Genau genommen eben Zugriffsmodifizierer. Und über diese Zugriffsmodifizierer kann ich eben hauptsächlich sicherstellen, dass meine Daten, sobald ein Objekt dieser Klasse gebildet wird, konsistent ist. Es ist nicht möglich, dass wir eben von außen, dass ein Nutzer unserer Klasse eben unser Objekt in einen inkonsistenten Zustand bringt. Weil wenn er das versuchen würde, dann kriegt er beispielsweise eine Exception zu Gesicht. Also das ist ein wesentlicher Punkt, dass man das verstanden hat, was Kapselung bedeutet. Und im Prinzip geht das komplett diametral zu der Möglichkeit, dass ich globale Variablen in C habe und diese einsetze. Weil globale Variablen können von überall manipuliert werden. Und das dann zu debuggen und da die Fehlerquelle zu finden, warum jetzt eine globale Variable nicht den Wert hat, den sie haben sollte, genau das ist eben ziemlich schwierig. Und da bietet eben die Kapselung genau die Lösung zu diesem Problem. Punkt 2 ist eben die Vererbung. Vererbung heißt eigentlich erstmal bloß für uns, eine Klasse kann von einer anderen Klasse ableiten und erbt dadurch sämtliche Members der Basisklasse und kann auch auf all diese Members zugreifen, sofern sie nicht private sind. Also was protected ist, kann ich nutzen und was public ist, kann ich natürlich auch nutzen. Internal lasse ich hier mal jetzt weg zu diesem Punkt, wobei ich Internal selbst im Programmieralter auch fast nie benutze. So das ist aber nur ein Punkt, dass sozusagen Members von einer Basisklasse zu ihren jeweiligen Subklassen gepusht werden, damit diese die auch einsetzen können. Also man kann sozusagen eine Basisklasse bilden und dort Funktionalität auslagern, die mehrere Subklassen benutzen. Das ist aber nicht der Hauptzweck, warum man Vererbung einsetzt, sondern Vererbung ermöglicht Polymorphie. Vererbung hat im Üblichen eben die Eigenschaft, dass wir eine Ist-Eine-Beziehung haben. Und diese Ist-Eine-Beziehung sagt eben aus, dass ich, wenn ich eine Basisklasse habe, nenne ich jetzt hier einfach mal B, und ich habe hier eine Subklasse, die nenne ich jetzt mal S, dann kann ich eben, wenn die hier in dieser Vererbungshierarchie stehen, Objekte dieser Klasse hier, von der hier also, ansprechen über Referenzen der Basisklasse. Und der Punkt ist jetzt einfach, ich nutze hier die Basisklasse nicht als Möglichkeit, implementierte Member von der Basisklasse zur Subklasse zu reichen, sondern ich benutze die Basisklasse als Abstraktion. Das heißt, hier in der Basisklasse sind Members definiert. Die sind mindestens Virtual, beziehungsweise im besten Fall Abstrakt. Und ich kann dann eben verschiedene Subklassen bauen. Das nenne ich jetzt mal hier eben Subklasse 2. Und ich zeichne es nochmal hier auf einen neuen Hintergrund, mit welchen nicht durcheinander kommen. Das ist die Subklasse 1 und die Subklasse 2. Der Punkt ist hier einfach, die Abstraktion gibt die API vor. Ja, gibt API vor. Das heißt, wenn ich einen Nutzer irgendwo noch habe, das hier ist unser Client, der kann dann jetzt eben die Abstraktion nutzen. Und er hat eben eine API, die er einsetzen kann. Also er weiß, welche Methoden es gibt, die er aufrufen kann. Na gut, und Felder wird er ja nicht haben. Aber Properties, Events und so weiter. Das ist eben, die Abstraktion gibt diese Members vor. Und dann können wir beliebige Subklassen haben, die eben diese Abstraktion implementieren. Und der Vorteil ist jetzt eben, und jetzt kommen wir von der Vererbung hin zur Polymorphie. Der Client hat dann eben hier irgendwie so ein Feld, das ist eine Abstraktion und ruft dann eben auf diese Abstraktion irgendwelche Methoden auf. Wir können jetzt einfach von Subklasse 1 oder Subklasse 2 diese Objekte instanziieren und dem Client übergeben. Und der Client merkt nicht mal, dass er gegen eine andere Klasse programmiert, weil er ja die Abstraktion nutzt. Und so können wir eben die Funktionalität austauschen, indem wir einfach Objekte verschiedener Klassen, die dieselbe Abstraktion implementieren, einem Client zur Verfügung stellen. Der Client ruft weiterhin die gleichen Funktionen auf wie vorher. Aber das Verhalten ist unterschiedlich, weil ich einfach in den verschiedenen Klassen logischerweise eine unterschiedliche Implementierung dazu habe. Und das ist eben das, was wir als Polymorphie bezeichnen. Das heißt letztendlich nichts anderes. Ich kann Objekte austauschen, ohne dass der Client das merkt. Und dazu brauche ich aber Abstraktionen. Das heißt, Polymorphie ist ohne die Mechanismen der Vererbung, also sozusagen die ist eine Beziehung, das ist eigentlich das Wichtigste, ist Polymorphie in vielen objektorientierten Sprachen nicht denkbar. Es geht zwar bei der Polymorphie eigentlich darum, dass ich je nach Kontext, je nach Objekt, das meinem Client geliefert wird, unterschiedliche Funktionalität aufrufe, ohne dass der Client überhaupt intern bei seiner Implementierung einen Unterschied bemerkt. Das ist das eigentliche Ziel der Polymorphie, der Mehrgestaltigkeit. Aber in vielen Programmiersprachen wird es eben einfach so umgesetzt, dass wir eine Abstraktion haben und von der leiten verschiedene Klassen ab, die dann eben dem Client übergeben werden. So, und da wir jetzt diese drei Begriffe geklärt haben, kommen wir jetzt eben zum Punkt, wie kann ich jetzt eine objektorientierte Programmiersprache von einer nicht objektorientierten unterscheiden. Das ist ganz einfach. Sie können sich dabei an diese drei Fragen halten. Die erste ist es eben, gibt es Konstrukte, mit denen ich Funktionalität kapseln kann. Das heißt, kann ich bei einem Objekt Datenhoheit herstellen und dieses Objekt verfügt weiterhin über Methoden, mit denen ich eben ein Teilproblem lösen kann, unter Verwendung der Daten, die eben das Objekt kapselt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, gibt es einen Vererbungsmechanismus, sodass irgendwie ein gewisses Konstrukt, bei uns eben Klassen, beziehungsweise Objekte, die Fähigkeiten von anderen Objekten erhalten können. Bei uns geht das eben über Vererbung. Das heißt, wir haben eine Basisklasse, wir haben eine Subklasse und alles, was in der Basisklasse implementiert ist, wird vererbt. Und sozusagen als Member auch für die Subklasse bereitgestellt. So, und das ist aber gar nicht mal der eigentliche Zweck, den wir mit Vererbung verfolgen sollten, sondern können wir Abstraktionen bauen und diese für Polymorphie-Zwecke einsetzen. Also, das Wichtigste an gutem Code ist meines Erachtens wirklich der Einsatz von Polymorphie. Und wir werden dann eben in den nächsten Videos noch darauf eingehen, dass wir, oder was es konkret heißt, gegen Abstraktionen zu programmieren, anstatt gegen konkrete Klassen. Aber im Prinzip können Sie sich diese Werte hier sozusagen festhalten und damit wirklich bestimmen, ist das jetzt eine objektorientierte Programmiersprache oder nicht. Also, am einfachsten können Sie jetzt mal überdenken, kann ich diese Sachen hier für C anwenden? Diese drei Sachen. Und ich sage jetzt sogar mal, das ist nicht ausgeschlossen, dass Sie diese Fragen irgendwie für C beantworten können. Aber es wird schwierig und es ist eben nicht so einfach wie in C Sharp oder C++ oder anderen objektorientierten Programmiersprachen, wo diese Themen einfach als First Class Citizens in der Programmiersprache behandelt werden. Und deswegen merken wir uns, die Grundpfeiler für Objektorientierung sind Kapselung, Vererbung, Polymorphie. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.